Willkommen in diesem schicken Ford KUKA Titanium Allrad mit Automatik. Wir freuen uns über den Besuch bei Autors Bissmann. Der Motor dieses KUKA ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigen CO-Ausstoß und Partikelfilter ist die Kfz-Steuer gering. Die Spiegel sind elektrisch verstellbar mit Umfeldbeleuchtung. Hier sitzen sie hoch, hier steigen sie hoch ein. Das ist äußerst bequem. Das Powershift Automatikgetriebe schaltet butterweich. Die 17 Zoll Alufelgen unterstreichen den Offroad Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Sportsitze mit Lederstoffpolster bieten viel Seitenhalt. Fußmatten und Einstiegstierleisten gibt es bei uns gratis dazu. Für Sicherheit sorgen 6 Airbag ABS und ESP. Nebellampen vorne und ein Reserverad Notrad. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sichert bestes Wohlfühlklima. Zum Sony CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Muskulös, sportlich und dynamisch. Mit diesem Kuga Automatik werden Sie viel Spass haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen 2 Jahre Garantie. Europaweit. Auf Wunsch erweiterbar bis auf 5 Jahre. Kommen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss!